Was ist denn hier los? Irgendwie siehst du heute besonders schön aus. Danke. Hast du die Haare anlasst? Nö. Aber ein neues Top, oder? Ah, die ist bestimmt frisch verliebt. So ein Quatsch. Einfach nur kein Make-up. Neu von BB. Goodbye Make-up, tägliche Feuchtigkeitspflege mit einem Hauchfarbe. Für einen natürlich schönen Tarn. BB Yankee. Natürlich schöne Haut.